V-A-R-O-E-D wie nie jeder Schädel zerfliegt vom Gegner-Team Warum? Wir schlagen euch die Fresse ein, aber Prinzessin-like V-A-R-O-E-D wie nie jeder Schädel zerfliegt vom Gegner-Team Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Kronen auf Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert Sie lachen, doch wir treten alles klein Denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit So Leute, was geht ab? Heute ist es die zweite Folge und Mike? Ja, ich schaue da das erste drauf, es ist gerade Lost hat an Lost und ein Spectator drauf Bist du drauf? Mal gucken, ob ihr sich jetzt kann ich drauf joinen Und ja, alles passt, alles passt Okay, ich join auch Da steht, ich habe einen Strike, aber das wird bestimmt noch geregelt Ah, du bist drauf, ne? Ja, du bist drauf, okay, nice Hö, du schiffst gerade an der Wand, du schiffst gerade an der Wand Ja, ja, aber alles gut, ich lebe, ich lebe, ich lebe Ja, ja, so Ich kann mich nicht bewegen, ach so, Schutzzeit Ich war im Block drin, aber ich lebe noch, alles gut So Okay, Schutzzeit ist nun vorbei Aber ich konnte währenddessen abbauen, immerhin Wow, hier ist Lava Hier siehst du mich, siehst du mich Hier ist Lava bei mir Ah, da bist du! Hi! Aber du warst die ganze Zeit dort Jo Okay, ich schPHini Moine Jo ja, wir nehmen dir auf Ähm, wir nehmen dir direkt Ja, wir nehmen circa eine halbe Stunde danach äh, wieder auf hier ist ja nur einer naja weißt du ungefähr welche höhe wir sind 13 oder hast du hast du soll ich mir eine eisenspitze gemacht ja musst du wenn du das findest auf jeden fall ja ja das war ja gut wegen jetzt und weiß ja du weißt ja welche höhe wir haben das ja extra nachgeguckt ja ja glaubt sie sind dir kann sein aber ich würde stück meinen lasst mit meinen deren aufnahmezeit ist gleich vorbei das heißt sie werden ich baue mich ich baue mich geradeaus und du baue dich und du baue dich ab und zu rechts oder links los ja 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 so wie es bei funktionieren ja jetzt hier dings ziel dieser folge full iron und ein bisschen die auf jeden fall voll iron heute na ja das ist eigentlich muss so her wenn er ob das habe ich noch gemacht wie gesagt wir haben leider in der letzten folge gar kein gesehen dann brauchen wir nicht mehr das wurde alles schon gerät dann brauche ich doch wenn du brauchst ganz kurz aus dem blicken ich würde ich nicht auseinheit schlagen und an den combat geraten wo was das hier eine höhle wir waren ja schon jetzt ausgeleuchtet hier waren wir du stirbst um egal kommen dass wir zurück dass wir zurück ist egal habe ich weg getan also habe ich da liegen lassen meine ich da ist wirklich wir müssen noch weiter hier lang bau jetzt vom ab wenn du willst wenn du level brauchst was habe ich gemacht ne ich will es tut mein ich auch ich bin gerade auch ein bisschen natürlich gut ich hoffe die das finden wir hier ist eine hürde aber ich habe da war mir schon neues kies und ihr verdammt kies sieht so steinig aus bei uns daran gedacht ich versuche mich etwas zu konzentrieren ich habe die ganze das gefühl unsere zeitrenzen schon gleich aus ja ich habe das gefühl wir werden jetzt durchgekickt noch lange nicht oh mein gott meine wir müssen aber daran denken dass wir uns noch einmal machen müssen das ist ganz ganz wichtig ich habe das gefühl ist mit meinen auch nicht richtig wir müssen eigentlich durch eine wand zu zweit meinen und nicht irgendwo mittendrin ich mache schon mal den ofen weil ich habe sehr viel iron ja gut dann mach uns schon mal rüstung da machst du das schon mal ja ich mache schon mal den ofen zwei dumme das ist dumme wasser ne das kommt da auch so hier kommt das ganze gold brauchen wir jetzt nicht dringend oder jetzt was muss ich gerade machen hallo ich bin richtig los kann das wasser bitte mal auf was denn da los geht das was jetzt weg ja endlich geht doch so als richtiges mit meinen okay weißt du was wieso uns anders wird mein ort ich habe keinen bock mehr auf diesen ort hier kommen wo bist du da hinten weil es tut man hier bei dir dann wirst man hier bei dir aber vielen dank an die geht ich weiß dass ich rum gehüpft bin jetzt eisen ganz viel sogar das mit dem alles wird auf jeden fall keine frage passt das mit dem mit dem mit dem sound bei mir passt doch ja warum ist trommel mit vier kills bei den top spielern okay die haben gerade schon folge aufgenommen ach können wir noch mal können ja schon mal fragen ob unser team name noch schnell gefixt wird falls das möglich ist ja gerade nämlich untersucht von dem spektäter selbst wurde nämlich falsch geschrieben als das ist eigentlich ein c sein ja ja aber jetzt ist es gerade nicht so wichtig also ja ja ich meine nur jetzt würde ich meine gerade ich guck mal und ich habe level 5 erreicht wo bist du wo bist du da ich hab die aus nee unter uns ist laber passung wurde geändert nice nice perfekt die aus ich habe ich habe ich habe diese nicht verbrannt die sind nicht verbrannt die sind nicht verbrannt dass er auch hier ist ja moin er dass das jetzt vergessen wir können schon da machen machen ja wir brauchen aber eine spitzhacke wo es laber hier braucht laber macht ihn in der spitzhacke ja ja stimmt das hat mich abbauen weil du weißt du weißt du wie meine besten aber wie man ein bisschen ich weiß ich weiß aber wasser ich habe gar nichts das musst du jetzt alles selber machen ich habe hier noch mal etwas mehr die er soll wir wollen dafür folgen haben ja okay er wird jetzt recht gekickt das ist gut dann suchen wir weiter bis gleich müssen wir müssen vor allem sollen heute bei so ich mache schon mal rüstung für uns ja und zwar für den lag jedes mal wenn man da 1.8 wie dieses ding ist diese klammer schreibt dann der ist ein wenig hier dafür nicht nur rüstung wenn du das ist echt sick und fliegt und was auch mal ganz gut das heißt sind jetzt allein auf dem server nice ja und das heißt wir brauchen gar nicht nie da wollen wir gar nicht nicken das ist erst die zweite folge wir haben die ja auf jeden fall wie auch immer ich die kohle noch mal ab rest ab hier eigentlich kann man ja schon noch gut gebrochen am anfang ja ja später nicht mehr aber jetzt auf jeden fall kommen ein bisschen level kann man schon mitnehmen wir können dann gleich noch ein charter machen wenn du ja du machst schon mal alles hier mit dir ist dass ich hoffe ich hoffe wir finden eine höhle wo wir wasser finden dann können wir also falls ihr lieber sehen wollt wie er ob sie dann und so macht dann könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen ansonsten bleibt einfach bei mir 0 ihr könnt gerne bei beide reinschauen ja ja am besten ja bei beidem beim besten auch gleichzeitig das geht ja auch dadurch so ja am besten einfach das video gleichzeitig ich werde gerade auch das gott angeschrieben wer ist angeschrieben und mein spitzag ist kaputt ich werde gerade angeschrieben aber alles gut ja irgendwie das erst mal das ist ja jetzt nicht wichtig habe ich eisen ich habe eisen diesen ofen perfekt sicher laber über mir glaube ich ja dann pass auf pass auf nicht in lava fallen ich habe jetzt keinen bock alleine zu machen nein 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 du weißt du was mit den anderen leuten passiert ist sie alleine gemacht haben die sind gestorben es kies mal wieder besten jetzt nach oben irgendwo sind von mir runterfallen lassen wir brauchen die pfeile das ist sehr sehr wichtig dass wir die pfeile haben wer weiß was sick wäre wenn wir jetzt noch mal die aus finden deshalb suche ich ja gerade nach welchen und sorry falls die aufnahme manchmal etwas dunkel ist vergessen mal die fackel zu setzen dann sind noch mal gleich renne ich zurück und machen wir noch mal full iron und normal eisen gefunden ich glaube wir haben genug eisen oder nee immer mehr immer mehr wir brauchen das wir können dann trichter und so machen achso für never ne trichter geht darauf an was für tränke machen können ja bei mir ist auch erde gerade lol sind wir auf dem berg wir haben uns doch durch den berg durchgebaut oder nicht ach so es stimmt aber eigentlich sollten wir unter dem unter unter berg sein meinst du glaubst du der los da sucht uns ne los da den sucht uns nicht oder los da ich glaube auch nicht warum sollte er so lohnt suchen also es ist nicht so schlau warum habe ich eigentlich später ist also ich bin ein paar minuten länger dauert so obwohl du früher drauf getötet läuft was hacking ist not permitted if you continue to hack action will be taken und gedanke anti sheet ok wir machen full iron bevor wir rausgekickt werden naja dann macht uns schnell du hast ja das meiste ich habe gerade sehr wenig erfolg in meiner folge ja das ist etwas blöd aber könnte auch dazu ja mein inventar ist schon voll müssen drei minuten ok warte kommen her zu mir ich ein sneak mal damit du mich siehst ja ich sehe ich habe ich habe nur die brust gerade ne ok ob ich jetzt nicht noch mal die das finde das müsste ich weiß ich habe die es gefunden also ja 1 2 3 4 5 6 6 die hast du gelegt war nice ok ich noch mal diese dieses dicke dia spitzer gesehen aus meinem thatcher pack ja leute wie findet ihr die dia spitzacke die habe ich selber gepixelt also das ist von spex aber dann habe ich die farbe selber gepixelt einzeln ja nice was wollen wir mit dem rest die erst machen die erschwerter schon mal ich so noch wollte er soll schon bei dir machen wir müssen essen braten so wer so mehr essen wir verlieren ich mache ich mache die ja schwer okay jetzt habe ich schon ich habe ja noch fünf die aus wir haben genug die aus glaube ich gebe dir mal die dias das hast du 9 dann zwei behalten wegen wegen entscheidung table ja wir machen kurz da sollten wir uns vielleicht noch sagen warte ich mache und drei minuten ja noch ein bisschen ja du nicht du nicht du hast du noch eine minute oder so wirklich jetzt ich will mal mein holzschweb verbrechen nicht mehr habe ich noch eispapier reisen nice nice wenn ich noch wenn ich noch dir finden würde leute vier sticker irgendwie cool hast drei minuten was ich habe drei minuten ich habe drei minuten ok ok perfekt elektro so ich habe fehlern perfekt da kann ich schon mal feine machen ja bei mir steht zwar eine minute aber ich glaube ich habe drei minuten so ich habe zwölf heile gemacht ist das ok ne ja ich kann sogar noch mehr machen weil ich war mir noch mal ein paar sticks okay ich habe noch etwas holz dann mache ich uns noch ein paar feine wir wollen ja beide am ende mindestens ein stack haben die also wir so viele die ausformen soll also habe ich so die es ich meine feile und dann brauchen viele hühner wenn ich meine jetzt die die wir gefunden haben ich habe keine frage aber ich hoffe wir finden wir kriegen für die also das läuft ja jetzt gut ich würde nur jetzt auf jeden fall in die andere richtung graben graben ja graben und kurz sagt hier noch eine zeit wird jetzt verlängert es wurde gesagt dass ich drei minuten habe also gleich gleiche zeit sollte man vielleicht ein paar blöcke im inventar haben gerade dies ist ja ein schöner block ich glaube ich werde trotzdem gekickt ja ich wurde gekickt aber das wieder join oder ich glaube nicht oder ich glaube nicht ich glaube nicht also habe ich jetzt einfach länger als du hier kein problem wenn du willst kannst du mich dann auch einbauen weißt wo ich mich gebaut habe weil ich nein leider nicht schreibt er naja sind ja nur ein paar minuten ich finde es gar nicht so schlimm in der data hast du noch zwei mögliche schreibt da habe ich aber ich noch mal drauf wenn ich jetzt eine minute noch und ich habe aber mein kopf ist sowieso jetzt gecrasht aber alles gut mein mein kopf ist sowieso jetzt gecrasht du wirst gekickt ja wo es ging ja ich würde ja es ist belastend ok weil ich ich renne wieder zurück jetzt ist meine aufnahmezeit ja jetzt vorbei ja das war eine gute folge wir haben voll iron ja ich bin falsch gelaufen wo sich denn lang hier nach das war sogar eine sehr gute folge sagen mal drei minuten wo hast ich eingebaut ich weiß es nicht mehr ich brauche mir einfach hier ein irgendwo irgendwo ich brauche schnell fackeln sonst habe ich angst im dunkeln ja natürlich immer womit baue ich mich ein egal gibt nicht ok oder wenn euch die folge gefallen hat dann lasst gerne die bewertung da schaut vorbei könnt gerne auf unseren disco server joinen oder auch auf twitter vorbeischauen oder twitch und was auch immer und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn aufnahmezeit ist vorbei haut rein tschau